Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute die Top 10 Downloads im Dezember 2020 von OmziWebdisk. Was alles in dem Top 10 dabei ist, das erfahrt ihr jetzt hier in dem Video. Auf Platz 10 mit 713 Downloads die Map Leutersbach von ZROG33. Herzlich willkommen bei der VBL Verkehrsbetriebe Leutersbach. Die Map soll eine Stadt mit ca. 100.000 Einwohnern in Bad Württemberg darstellen, wobei natürlich auch noch andere kleinere Ortschaften existieren. Trotz der recht nahen Lage an den Schwarzwald ist in der recht schnell entwickelten Stadt starkes Bevölkerungswachstum seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr viel von dem urigen Flair des früheren Bergdorfs übrig geblieben. Deswegen erkennt man die Lager auch nicht mehr unbedingt im Innenstadtbereich. Erst wenn man die bebauten Gegend verlässt, werden die Straßen enger, hügeliger und die Ortschaften vor allem historischer. Serpentin und traditionsreiche Dörfer bieten somit genug Abwechslung zu den städtischen Bereichen. Auch ist ein kleines Dorfskigebiet mit einem Lift und einer Piste zu finden, ebenso wie auch ein Industriegebiet und einige atemberaumende Sehenswürdigkeiten. Das ist aktuell die Karte, die ihr jetzt runterladen könnt auf Omzi Webdisk. Mitbeteiligt am Projekt sind Cedric P. und Lebendig 21. Hier muss ich mich noch mal kurz korrigieren, denn das Let's Play Video, was dazu gekommen ist, hatte ich vergessen, The Rock zu sagen, sondern ich habe bloß die beiden mitbeteiligten Personen genannt. Schande über mein Haupt, es tut mir leid, aber jetzt haben wir es hier dementsprechend korrigiert. Auf Platz 9 mit 814 Donuts die fiktive Linienerweiterung für BRT Berlin von LucasNVS. Hiermit stelle ich euch meine Linienerweiterung für Berlin BRT zur Verfügung. Es gibt die fiktiven Linien 105, X12, X31, 630, 637, N36, N15 und den Schulbus. Die Hofdatei wird mitgeliefert, aber könnte noch kleinere Ansagenfehler enthalten. Achtung! Diese Linien sind fiktiv und haben keinen Bezug zur Realität. Bitte beachtet den Fahrplan. Das ist aktuell auf Platz 9. Wie gesagt, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Auf Platz 8 mit 826 Donuts finden wir hier Landkreis Grüntal, welcher erstellt wurde von Cedric P. In dem Landkreis gibt es zwei Städte, einmal die Universitätsstadt Bamberg und die Stadt Grüntal, welche unterschiedlich groß sind. Bamberg hat ca. 236.000 Einwohner und Grüntal ca. 516.000 Einwohner, womit der Landkreis mit den umliegenden Dörfer und Gemeinden auf stattliche 900.000 Einwohner kommt. Allerdings sollte es noch mehrere Ausführungen der Linie 204 geben, sodass es auf Dauer auch nicht zu langweilig auf der Linie wird. Allerdings wurde dieses Projekt eingestellt. Man schreibt das Ganze auf. Warum? Sie webt das auch noch. Wieso? Weshalb? Warum? Im Kurzen kann man ganz ehrlich sagen, dass man das Ganze schon seit über zwei Jahren jetzt schon baut an Landkreis Grüntal und man den Qualitätsstandard hier schon weiter nach oben gesetzt hat und das Ganze wohl nicht mehr mit dieser Version hier von Landkreis Grüntal passt. Dementsprechend wird es hier wohl keine weiteren Updates mehr geben von Landkreis Grüntal. Wer sich trotzdem weitere Bilder angucken möchte, ein YouTube-Video oder sowas, der findet die Links dazu unten in der Videobeschreibung drin oder ihr könnt euch die Karte auch direkt selbst anschauen, denn dort ist sie halt verfügbar. Auf Platz 7 mit 873 Downloads haben wir hier einen neuen Blinkersound für den Citybus 628c und 628glf für den Mercedes. Das Ganze wurde erstellt von Cyan. Wirklich viel steht dazu nicht. Dementsprechend, falls ihr neue Blinkersound für den Bus haben wollt, schaut es bei Daumen Sie Webdisk vorbei. Auf Platz 6 mit 1100 Downloads finden wir hier einen Dienst- und Fahrbericht zum Ausdrucken oder Ausfüllen von Hamburg-Harburg einer Excel- und PDF-Dokument 2 auf einem Hochformat oder im einfachen Querformat zum Dokumentieren seiner Schicht inklusive Verspätung und Bemerkungen. Inspiriert von einem kostenpflichtigen Merchandise eines anderen Spieleherstellers, biete ich hier einen Dienst- und Fahrtbericht in digitaler Form an, zum Selbstausdrucken oder digital ausfüllen. Das Ganze könnt ihr jetzt dementsprechend runterladen, falls euch das Ganze interessiert und ja, virtual anderes Spiel könnte das sein. Lasst uns mal überlegen. Wie gesagt, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Platz 5 mit 1200 Downloads finden wir hier die Karte Avelia, eine Belgien-Map, die ihr jetzt herunterladen könnt. Das Ganze wurde erstellt von Techbonds. Hallo und willkommen bei Avelia, einer französisch-belgisch-fiktiven Karte, die von einem Team aus belgischen und französischen Spielern auf Omsi 2 in Zusammenarbeit mit Group Tech auf Bus Company entworfen wurde. Sie ist komplett fiktiv, obwohl einige Orte von realen Orten inspiriert sind und befindet sich in der Provinz Hennegau in der Region Tournei. Die Karte hat neun Linien, drei Nachtlinien, zwei Schullinien und drei weitere Nachtlinien. Sie fahren alle 15 bis 30 Minuten und die Fahrzeit beträgt zwischen 15 und 30 Minuten, außer bei den Schullinien. Ich denke mal, da ist ein Fehler drin, das sollte nämlich bestimmt drei Taglinien, zwei Schullinien und drei Nachtlinien heißen. Für das ordnungsgemäße Funktionieren der Karte sind folgende Elemente erforderlich. Da werden haufenweise nochmal Zusatzobjekte benötigt. Es gibt hier, wie gesagt, diesen Trailer, den könnt ihr euch dann direkt anschauen. Es gibt einen Handbuch, wenn ihr sie unbedingt lesen solltet. Da stehen auch weitere Informationen dazu. Und sonst, falls euch die Karte gefällt, könnt ihr diese jetzt auf Omsi Webdiskunter laden. Wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Auf Platz 4 mit 1300 Downloads gibt es mal wieder was Neues für den Mercedes-Benz Connecto und zwar die sogenannten Druckermods. Die ganzen kommen von Tarek K. Vier verschiedene Fahrscheindrucker für den Mercedes-Benz Connecto. Zur Auswahl stehen E-Box, E-Box ORN, Ticketbox und Ticketbox aus dem FLÜGU. Hierbei handelt es sich um eine Einbauanleitung und nicht um fertige Busse bzw. fertig gemoddete Busse. Sprich, ihr bekommt nur die Drucker. Das Ganze einbauen müsst ihr selbst vornehmen. Dementsprechend lest euch dort die Readme ganz genau durch. Auf Platz 3 mit 1400 Downloads finden wir hier die Oberstädt V2-Karte, welche ebenfalls von Hamburg-Habo kommt. Nachdem auf dem Discord im Gespräch das Thema aufkam, habe ich in meinem Archiv gesucht und tatsächlich noch die Karte gefunden. Stelle sie daher wieder hier offiziell zum Download. Benötigte Payway Addons sind hier aktuell Hamburg Tag und Nacht und der MBO 305. Die Karte ist bereits einige Jahre alt. Support ist daher schwierig für mich. So heißt es aktuell. Dann gibt es ganz hier nochmal welche Linien, wie ihr hier fahren könnt. Und mitbeteiligt sind hier Schleswig-Holstein, der Administrator der Omzi-Webdisk. Wenn ihr die Karte verpasst habt und sie jetzt nachholen möchtet, dann könnt ihr das hier jetzt tun. Die Karte ist wie gesagt verfügbar. Der Link dazu selbstverständlich wieder in der Videobeschreibung. Platz 2 mit 4500 Downloads haben wir hier ein weiteres für den Mercedes Connecto. Und zwar handelt es sich hierbei um ein Soundpack, der erstellt wurde von Morpheus. Dieses Soundpack für den Connecto LF von Cario Software ersetzt den Großteil der Sounds. Das betrifft hauptsächlich Motor, Getriebe und Türen sowie diverse allgemeine Sounds. Und scriptseitig wurde lediglich der Antrieb ausgetauscht. Aus diesem Grund ist dies auch nur ein Soundpack und kein umfangreiches Mod-Paket. Installationshinweise sind wie immer in der Readme. Bitte lest euch das Ganze genau durch und dann habt ihr einen schönen, tollen Mercedes mit einem besseren Sound. Und so gut her, jetzt die Nummer 1 mit 5000 Downloads. Wieder mal der Citibus 628C und 628GLF. Eine Real-Logo-Mod. Das Ganze kommt von Altpack-Mods. Das Ganze ist natürlich, wie ihr unschwer sehen könnt, schon auf dem Bild der sogenannte Mercedes-Stern. Und hinten natürlich ebenfalls Citibus 628C und 28GLF Real-Logo-Mods. Bitte lesen Sie vor der Installation die Readme-Datei. Mercedes-Logo und Modellkonvertierung kommt hier von Altpack-Mods. Dementsprechend, wie ihr das Ganze installieren müsst, entnehmt ihr bitte der Readme-Datei. Und somit sind wir auch am Ende der Top 10 Downloads hier im Dezember 2020. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß damit. Aber es kommt noch ein Video und zwar wollen wir wissen, was waren denn jetzt so die Top Downloads im Jahre 2020. Dementsprechend schaltet auch dort wieder ein. Wir verabschieden uns hier, bedanken uns und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Weim und Abreure Film 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017